Das Warten hat ein Ende. Die Regionalliga Nord kehrt aus der Corona-Pause zurück. Zeit für Elias Saad und Eintracht Norderstedt zu zeigen, was sie drauf haben. Der erste Gegner im heimischen Stadion ist der erste FC Phoenix Lübeck, ein Quasi-Aufsteiger, da ihre Premieren-Saison vorzeitig abgebrochen wurde. Das Team von Jens Martens hat eine überzeugende Vorbereitung gespielt. Trotzdem übt sich der Trainer in Zurückhaltung wegen des stark besetzten Kaders der Lübecker. Ein Teil davon ist zum Beispiel Haris Hysseni, der bereits viel Erfahrung in der dritten Liga und den Regionalligen sammeln konnte. Reingeht es in den Auftakt der Gruppe Nord. Die Regionalliga ist weiterhin auf zwei Divisionen aufgeteilt. Norderstedt in den roten Trikots erstmal mit Verteidigen beschäftigt. Der erste Schuss von Fabian Kraudenz landet aber nur in den Armen von Huxol. Norderstedt ist bereits im vierten Pflichtspiel zweimal Landespokal, einmal DFB-Pokal. Das beflügelt. Das hier war kein Foul von Müller. Der setzt sich auf der linken Seite gegen die Defensive durch, bringt die Flanke auf Brüning. Kein guter Schuss, doch der legt auf für Elias Saat. Aber Kevin Titel mit einer Monsterparade im Kasten von Phoenix. Der hat in der Jugend bei Norderstedt gespielt und verhindert mit einer Klasseparade das erste Tor des Regionalliga-Debitanten. Norderstedt nimmt das Spiel langsam aber sicher in die Hand, insbesondere über die linke Seite sind sie sehr gefährlich. Brüning legt auf Saat. Der geht zur Grundlinie, um sich Raum zu verschaffen, macht das mit Hilfe von Behunek. Und der sieht den Kapitän Philipp Koch im Rückraum. Aber Lambach fälscht den Ball über das Tor ab. Die Chancen häufen sich und sie werden immer besser. Auch über Standards kommt Norderstedt gefährlich vor das Tor, weil Phoenix Probleme hat, diese zu klären. Die zweiten Bälle landen immer bei einem roten Stutzen. Borg mit Anlauf bringt er die Flanke rein auf den Kopf von Jan Lüdeburg. Und dann steht es 1 zu 0 für Norderstedt. Was wäre das für eine Geschichte gewesen? Hätte er diesen Treffer gegen Hannover 96 gemacht? Denn das hier ist sein 96. Pflichtspieltreffer für die Eintracht. Damit ist er der alleinige Rekordhalter im Verein. Die Unsterblichkeit lässt grüßen. Ein sehr schwieriger Kopfball. Nicht einfach zu nehmen, aber das spricht eben für die Stärke von Lüne. Lübeck taucht langsam unter. Offensiv kommen sie selten zur Geltung. Der Kopfball von Husseini, der letzte Saison von Ulm in den Norden gewechselt ist, bleibt dabei die gefährlichste Aktion. Norderstedt auf der anderen Seite findet Gefallen an Flanken aus dem Halbfeld auf Lüneburg. Diese hier ist weniger erfolgreich. Im Gegenteil, es folgt ein Konter für die Gegenseite. Morten Knutzen, der hat ganz viel Platz auf der linken Außenbahn und sieht Wahabi einlaufen. Der Steckpass folgt. Wahabi orientiert sich an der Grundlinie und sieht den einlaufenden Kraudenz. Erste Chance abgeblockt. Doch Norderstedt hat Probleme, die Situation entscheidend zu klären. Zweiter Anlauf. Flanke an den langen Pfosten ebenfalls nicht erfolgreich, aber die Chance ist danach immer noch nicht vorbei. Raskele mit der Flanke auf Husseini und dann kann Norderstedt durchatmen. Es geht in die verdiente Pausenführung für Jens Martens Team, der sich vor dem Kabinengang aber als Platzwart probiert. Wer will es ihm verübeln? Schließlich soll in diesem Strafraum in der zweiten Halbzeit die Tore fallen. Ein Loch wäre suboptimal für dieses Unterfangen. Der Platz ist repariert, die zweite Halbzeit beginnt und Norderstedt übernimmt. Phoenix kommt gar nicht mehr zur Geltung, die Dominanz in Rot nimmt zu. Saad tankt sich durch mit seiner ganzen Klasse und wird in vielversprechender Position gelegt. Freistoß für die Gastgeber, eine Aufgabe für den Kapitano höchstpersönlich. Philipp Christian Koch nimmt Maß und zeichnet den ins obere linke Eck. 2 zu 0 für Norderstedt nach 60 Minuten. Besser kann man den nicht schießen. Da klingt es fast schon abstrus, dass Koch seit dem 14. Mai 2017 kein Tor mehr in der Liga geschossen hat. Damals hat er zum 2 zu 1 gegen die zweite vom HSV getroffen. Diese Durststrecke hat nun ein Ende zur Freude der Fans im Edmund-Planbeck-Stadion, die ein Spiel mit sehr vielen Flanken aus dem Halbfeld sehen. Und diese hier ist ganz besonders. Brüning mit der Hacke. Ein Wahnsinnsabschluss, aber auch eine Wahnsinnsparade wieder von Titel, der sich hier ganz lang macht und ein Tor des Monats verhindert. Titel ist allerdings sehr unzufrieden mit der Mannschaft. Hinten sind sie mittlerweile sehr offen und vorne geht eben sehr wenig in der zweiten Halbzeit in den Farben Weiß und Blau. Raskele bekommt den Ball und legt in die Mitte auf Hüseni, der der Aktivste in der Offensive auf Seiten von Phoenix ist. Das ist dann aber auch das Maximalste, was die Gäste auf das Tor von Huxol bringen. Ansonsten dominiert die Farbe Rot auf dem Platz des Edmund-Planbeck-Stadion. Norderstedts Auftakt scheint geglückt, doch sie wollen nichts dem Zufall überlassen. Borg setzt sich durch, legt die Flanke auf, die landet bei Lüneburg. Der erste Versuch misslingt Brüning. Er wischt den Ball nicht richtig und dann steht dort eben Saad. Und wenn es die Altmeister nicht selber machen, dann macht es eben das junge Talent. 3 zu 0 in der 71. Minute. Der Neuzugang von Bambeck-Uhlenhorst belohnt sich für ein starkes Debüt in der Regionalliga. Er arbeitet viel im Mittelfeld, leitet die Chancen ein und ist einer der Gründe, warum Eintracht Norderstedt den Sack vorzeitig zumachen kann. Die Schlussphase der Partie birgt aufgrund des Ergebnisses wenig Spannung. Dafür zeigt Norderstedt, aus welchem Regionalliga-Holz sie geschnitzt sind. Eine wunderschöne Passstafette landet bei Dane Kummerfeld. Wieder eine frühe Flanke und die landet bei Nils Brüning. Perfekt abgenommen. 4 zu 0 in der 77. Minute. Ein Traumstart für Eintracht Norderstedt in die neue Saison. Auch Brüning belohnt sich für eine starke Leistung in dieser Auftaktpartie. Der Hakenversuch hat nicht geklappt, aber auch dieses Tor ist sehr schön anzusehen. Eine super Direktabnahme. Titel ist noch dran, kann aber das 0 zu 4 nicht verhindern. Phoenix versucht sich in Schadensbegrenzung. Sie sind gut in die Partie gestartet. Am Ende ist es doch zu wenig. Trotzdem rutscht dieser Ball noch zu Hüseni durch. Aber so wie die erste Chance in der Partie, rendet auch dieser Ball sicher in den Armen von Huxol. Der hält die 0. Danach geht nichts mehr. Norderstedt mit einem perfekten Start in die Regionalliga-Saison. Das Ergebnis ist mehr als verdient und macht Lust auf mehr. Die Stimmen zum Spiel liefern Harry Sysseni für Lübeck und Tributant Elias Saad für Norderstedt am Mikrofon von Christian Oldendorf. Wir sind eigentlich gut reingekommen. Hätten eine Chance nutzen können, die wir hatten, kriegen dann das Gegentor. In der zweiten Halbzeit betteln wir gefühlt darum, ein Gegentor zu kriegen. Machen zu viele Fouls um den 16er rum und dann klingelt es. Wenn wir dann alles nach vorne schmeißen, dann kriegst du hinten noch ein, zwei rein. Bei mir geht halt eine Last runter, ich fühle mich erleichtert, direkt zum ersten Spiel getroffen. Fühlt sich einfach geil an. Ich bin noch motivierter, jetzt in den nächsten Spielen noch mehr Gas zu geben und hoffentlich noch mehr Tore zu schießen. Es war auf jeden Fall ein kämpferisches und hartes Spiel. Aber ich glaube, wir haben das überragend gemacht und dann auch verdient für nur gewonnen. Der Auftakt ist gelungen, der nächste Härtetest folgt. Kommende Woche trifft Norderstedt zu Hause im Hamburger Lokalduell auf die zweite Mannschaft des FC St. Pauli. Das war's nicht so, wie meine Sandra eine